Obersalzberg Hinter dem Bergmassiv des Prägstuhls schlängelt sich die Eisenbahn immer tiefer in die Hochalpen hinein. Auf den Wiesen und droben auf den Almen braune Kühe mit weißen Schnauzen, lange Wimpern um die Augen, blau-weiß karierte Wipfel und Fahnen mit den Löwen des Freistaats, Bergbauernhöfe mit breiten, weit ausladenden Schindeldächern gegen Sturm und Schnee mit rundgeschliffenen Backsteinen belegt, groß wie Brotlaibe, Fensterbänke und hölzerne Balkonreihen aus den Geranien hervorquellen wie die üppigen Dekolletes von Alpenwirtinnen, die in Biergärten zur Rast einladen. Beleibte Mannsbilder in krachledernen Hosenschwenken, Maaskrüge laben sich an deftigen Schweinshaxen. Efi sitzt am Fensterplatz des Zugabteils. Über dem Tabel-PC, den sie von ihrer Urumi geerbt hat, googelt sie nach touristischen Highlights. Traumhafte Bilder vom Königssee, umgeben von steil aufragenden Hängen, bewachsen mit stämmigen Tannen. St. Bartholomé, ein Kirchlein am Ufer, weiß mit roten Zwiebeltürmen, nur mit dem Schiff erreichbar. Im Hintergrund gewaltige, auch im Sommer schneebedeckte Bergmassive. Rechts der Blick zum Watzmann, links der Kehlstein. Schau doch, wir könnten mit dem Ausflugsdampfer zum Malerwinkel fahren. Im See spiegelt sich das Kloster. Der Königsbachfall stürzt 200 Meter tief. Ab und zu kommt ein Schiffer mit seinem Kahn und trompetet gegen eine Echowand. Der Felsen hier, siehst du? Positiv. Du setzt dich drauf, rezitiert sein Gedicht. Vor Alpenpanorama. Aber negativ war mal da. Wiederwählig nimmt Max ihr das Gerät ab und klickt selber rum. Dauert eine Zeit lang, bis er es wieder zurückgibt. Seine Königssee-Bilder-Zure zeigt andere Resultate. Fahrzeugmassen auf einem Parkplatz, der an die Verladestation einer Automobilfabrik erinnert. Touristen-Horden zwischen Souvenirbuden. Trachtenmode aus osteuropäischer Billigproduktion. Plastik-Edel-Weiß made in China. Geldautomat an urbayerischem Brotzeitstübel. Die Nahaufnahme einer Speisekarte. Auf Weier ruft Efi und Zugpassagiere drehen sich nachher um. Für dieses Familienmenü, Gernknödel, Spezialität für drei Personen inklusive Getränke und Nachtisch, könnte man in unserem Oberlausitzer Backverkaufswagen glatt weg die Tagesproduktion kaufen. Kräftlich durchgeknete Sauerteigbrote, ganz weichgebackene Brötchenzucker, süße Zimtstämme und knallharte Salzschleidtücke. Positiv. Schluss jetzt mit negativ und positiv. Ich will, dass du strahlst und nicht so schief guckst. Als wir bei Massage verrenkt. Dann lasst du wieder einrenken. Herr Egidius ist laut Lehrgangsbrosüre diplomierter Chiropraktiker und Osteopath. Hm. Dr. Google sagt, bei 98% der Fälle renkt sich das von selbst wieder ein. Hier, schau aufs Tablet. Bleiben 2%. Die Hälfte überlebt das Knochen-Einrenken. Der Rest ist Eigenbeschuss. Blue on blue, sagen sie bei der NATO. Dein berühmtes Friendly Fire? Querschnittslähmung. Oder Gleichtod. Du kriegst keine Widmenrente, vegetierst das alleine und ziehende dahin. Soll das ein versteckter Heiratsantrag sein? Kompliziert, Evi. Weißt schon, Geburt zur Kunde gefaked und meine Adoptiveltern rücken nicht mit der Wahrheit raus. Dann rücken wir den halt auf den Pelz, fahren nach Bremen. Laut Lehrgangsprospekt sind wir in der sechsten Lehrgangswoche in Norddeutschland. Na, mal sehen. Und bis dahin vermiest du mir nicht die Reise. Jetzt auf zum Kehlstein. Jovis Morgenstern meinte am Telefon, dass Svarjits Gwerstek einen Spezialauftrag für uns hat. Wenn wir den erledigen, winkt uns viel Geld. Wir bekommen vielleicht eine Festanstellung als Geheimagenten und bleiben auf Dauer im goldenen Westen. Vergiss es, Evi. Gewehrstek von Europol hat dafür gesorgt, dass ich aus der Polizeikamilie geflogen bin. Ist mit der Knarre auf mich losgegangen letzten Winter. Weißt du noch? Der hat ne Macke, sieht überall Nazis. Kehlstein? Nennen die US-Soldaten Eagles Nest. Adlerhorst. Kranke Hitlerscheiße. Dr. Google meint vom Berg des Garten mit dem Linienbus zum Ober-Salzberg, Führersperrgebiet in 1000 Meter Höhe. Kannst dort auf mich warten. Ausstellung im alten Bunker ansehen. Babybauch ausruhen. Seilbahnstress vergessen. Erstens war das mit der Seilbahn, wo er, dein Stress. Ich war zu spät. Wollte eigentlich zum Blumenladen. Wieso Blumenladen? Hier hast du mein Gänseblümchen-Gedicht. Dankeschön. Und zweitens, zweitens gibt's nicht. Der Adlershort liegt auf 1836 Meter Höhe. 120 Meter unter dem Kehlsteingipfel der Eingang zum Fahrstuhl. Kurz vor Kriegsausbruch in den Fels gemeizelt. Laut Dr. Google kamen ein Dutzend Arbeiter ums Leben. Kannst du alles auf dem Tablet sehen. Am Kamin Marmor von Mussolini gestiftet. Trank der Führer sein Käffchen mit Elferbrauen. Das ist nichts für dich. Und wieso, bitteschön? Totalsanierung. Schattel wird hier eingestellt. Zu Fuß auf dem Berg braucht es zweieinhalb Stunden. Mindestens jetzt in der Sommerhitze. Gutes Training für Männer ohne Kind im Bauch. Außerdem klemmt ab und zu der Lift im Berg. Kommst nicht mehr raus, wirst zur Pharaonen-Mumie. Der Adolf war ein Schisshase, hatte ich nie benutzt. Bleibt schön brav im Ausstellungscafé. Führerbefehl, oder was? Tatsächlich, am Obersalzberg alles abgesperrt. Weiter nach oben dürfen nur Baufahrzeuge. Evi ist stinksauer, sagt kein Wort mehr. Schaut Max nicht nach, als er beim Obersalzberg auf den Weg sich macht, humpelnd und mit schieften Hals. Sie fächelt sich mit einem Ausstellungsflyer kühle Luft zu und genießt einen schweineteuren Wellness-Trink an der Touristen-Info. Neben der Absperrung, halb verdeckt an einer Tanne, der Wegweiser zum Gipfel fährt. Anfangs entlang der abgesperrten Teerstraße, die sich gemütlich um den Berg windet. Doch das würde zu lange dauern. Max muss Tempo zulegen, wenn er es rechtzeitig zum Gipfel schaffen will. Gewersteck und Morgenstern werden nicht ewig warten. Also über Stock und Stein, Anfangs zwischen schattenspendenden Bäumen, die immer spärlicher werden, höher und höher. Verkrippelte Kiefern, Sträucher. Weit geht der Blick übers Land. Oberhalb der Baumgrenze kein Schutz mehr vor der Juli-Sonne, die erbarmungslos herniederbrennt. Das Hemd hat er ausgezogen. Krebsrot wird sein Rücken werden. Er spürt den Sonnenbrand. Schweiß rinnt ihn über die Stirn, brennt in den Augen. Lädierte Fußsohlen vom Sprint zur Predigtstuhlbahn. Dicke Blasen. Er läuft abwechselnd auf den Außenkanten und im Endengang, damit sie nicht aufplatzen. Die Luft wird dünner. Ohne den Solidaritätsbauch, den er sich anfraß, um mit seiner schwangenen Liebsten mitzuhalten, wäre er schon längst auf dem Gipfel. Der Pfad trifft auf die moderne Teerstraße. Doch schneller geht es über den alten Schotterweg. In den Fels gehauen, steil die Wand nach oben. Was müssen die Arbeiter geschuftet haben vor 80 Jahren, als sie Breschen in die Gesteinswand schlugen, um dem ollen Mussolini sein Marmorsims hochzukarren? Hoppla! Baller ausgerutscht. Lockerer Randstein purzelt den Hang hinab, fliegt ein Stück im freien Fall und zerplatzt auf einem Felsen. Jetzt bloß nicht ausrutschen. Ein Plateau, in das die Straße der Touristenbusse mündet. Das Kassenhäuschen neben dem Tunneleingang zum Fahrstuhl ist verrammelt. Baufahrzeuge und Betonmischer, Schalungsbretter, Zementsäcke, ein Abfallcontainer und ein nagelneuer ID-Bus von Volkswagen. Luxuscampingwagen mit Elektroantrieb. Das muss ein R-König sein. Ein Prototyp, denn jetzt im Sommer 2020 sind solche Wagen noch nicht im Handel. Merkwürdig. Blink nach oben. In gut 100 Metern Höhe auf der Spitze des Kehlsteins ist das Alpenrestaurant. Bohrmaschinenlärm und lautstärkes Gehämmere. Erbaut 1938 steht auf dem Schlussstein des Torbogens. Ein schmiedeeisernes Gitter, nur angelehnt. Ein Schild weist auf Bauarbeiten hin. Max schirmt seinen Blick vor den gleißenden Sonnenstrahlen ab, die hier auf 2000 Meter Höhe gnadenlos herniederbrennen, quetscht sich durch, ist im Berg. Ein Tunnel. Breit genug für drei indische Elefanten. Und bloß, was sollten die hier? Der Wechsel von glühender Hitze zur Kälte im Berg schlägt aufs Hirn. Aber der Hals hat sich wieder eingerenkt. Kein Pfeifen im Kopf, weil kein Psychostress, sondern volle Kontrolle. Beim Kampfeinsatz am Hindukusch war die Ruhe selbst. Ringsumrötliches Granitmauerwerk. Alle 30 Meter hängen Kandelaber von der Decke und verbreiten gelbliches Licht. Sehr cool und stylisch, wie in einem alten James-Bond-Film. Fehlt nur noch, dass ein Superschurke wie Goldfinger hinter der Ecke hervorspringt. Gibt bloß keine Ecken. Der Tunnel bohrt sich endlos kerzengerade in schmalen Berggipfel. Müsste eigentlich schon wieder auf der anderen Seite herauskommen. Plötzliches Schluss. Tunnelende. Quietschen, als ob hinter seinem Rücken das Eisengitter zugefallen ist. Und eine Ecke, hinter der sich eine kreisrunde Halle verbirgt, könnte ein geheimer Nazitempel sein. Glühbirnen auf dreiarmigen Kerzenhaltern. Sitzbänke rundum mit grünen Leerpolstern. Zu kalt hier, um sich auszuruhen. Eine goldenglänzende Schiebewand aus Messing. Ohne Türknauf, nur Schlitze an der Seite, wie für eine Sprechanlage. Und ein Knopf zum Draufdrücken. Verschwörungstherien aus durchgeknallten Hollywood-Filmen und Playstation-Ballerspielen schießen ihm durch den Kopf. Was, wenn es das Dritte Reich wirklich noch gibt? Ein Druck auf das Bedienungselement und SS-Zombies springen raus. Wer macht stumm Gewehre in den Fäusten und machen ihn kalt? Max schaut sich nach Kameras um. Vielleicht ist er in einer abgefuckten TV-Show gelandet. Oder aber, sein Konterfeil flimmert über Monitore von NSU 2.0. Den gab es wirklich. Der ehemalige Afghanistan-Soldat lehnt sich flach an die Wand, um nicht in die Schusslinie zu kommen, und streckt seinen Arm vorsichtig in Richtung Knopf aus. Kalter Granit am durchgeschwitzten Rücken, Schweißtropfen auf dem Höhenboden. Wie von Geisterhand gleiten die Türflügel auseinander, öffnen ein golden, schimmerndes Glas, klein wie eine Gefängniszelle. Ringsum auf hochglanzpolierte Messingwände, in denen sich sein Anblick spiegelt und von der anderen Seite zurückgeworfen wird. Etwas kleiner sein angebrannter Rücken. Noch kleiner wiederum seine leicht schwabbelige Vorderseite und so weiter und so fort bis in die Unendlichkeit. Grüne Lederbänke, wie im Vorraum, zu dem sich wie von Geisterhand die Schiebetüren verschließen. Erschöpft setzt er sich. Hört Ventilatoren, Sohn. Riecht stickige Gaskammerluft. War noch nie in einer Gaskammer. Die Szene in Schindlers Liste hatte nur Bild und Ton, kein Geruch. Und das sieht alles so schäbig aus. Keine Messingwände, kein altmolisches Telefonklingel, das er halluziniert. Tatsächlich eine Halluzination. Denn sein Handy, das er aus der Hosentasche zieht, hat kein Signal. Keine Kontrolle. Das Ende ist nah. Pfeifen im Kopf, Tinnitus. Der Europol-Agenz, Varoschids Gewersteck, wird Recht haben. Das Böse ist überall. Lebt ewig, wird nie untergehen. Die Legende von Neuschwabenland. Der Nazifestung im ewigen Eis. Der Antarktis. Infriert. Die Luft wird knapp. Er krümmt sich zusammen und presst die Hände an den Ohren. Das Klingeln will und will nicht aufhören. Er blickt auf, schaut zur Uhr an der Wand. Design wie auf einem Messingdampfer. Darunter ein uraltes, schwarzes Bakelit-Telefon. Mit letzter Kraft nimmt er den Hörer ab, krächzt wie ein Sterbender. Hallo? Bist du es, mein Lover? Dauert ewig, bis du abnimmst. Du hast echt eine lange Leitung. Der Kaffee wird schon kalt und die Schlagstraume fällt zusammen. Zieh am Schalter nebenhin ein Telefon, dann geht es aufwärts. Die goldene Zelle vibriert. Unsichtbare Motoren setzen sich in Bewegung. Beschleunigung? Als ob ein Nazi-Raumschiff ins All startet. Sein Magen hängt in den Kniekehlen. Vielen